Moller, du Trimax hier. Es geht weiter mit Squadbuster. Ich habe gerade eine neue Welt erreicht. Ich glaube, das ist die dritte und letzte Welt. Kann das sein? Die erste Welt, dann die wüsste Welt, jetzt das. Da schalte ich ja auch potenziell... Oh mein Gott! Mavis, Magier, Händler, Pam, Mortis und Royal König kann ich jetzt finden. Falsche Truhen, goldener Turbo, Mega-Auftakt, Geschenk-Mini-Roboter, alles neue Modi. Händler freigeschaltet. Gewährt ein Juwel. Alle 15 eingesammelten Münzen. Finde ich cool. Leute, wenn es euch gefällt, gerne Kanal abonnieren. Wir gehen so viel Pay-to-Win rein, wie es geht. Oh mein Gott! Wir hatten doch gerade erst den Shop. Wir kriegen einen neuen Shop wegen neuer Welt. Damit könnte ich sein, dass ich der am weitesten... der weiteste Spieler bin. Ich schalte direkt alle frei. Will Tigre kaufen? Nö. Hexe. Horkrider. Mieter. Barbare König. Ist der Max? Ist der Max? Kampfheilerin. Und Mortis freischalten. Digga. Was ist das? Kauf einfach... Ja, scheiß ruhig. Kauf ein Tiger. Den benutzt man. Das ist ein... Den benutzt man im Spiel und dann ist der weg. So, ich glaube, ich kann jetzt hier richtig was machen. Schweinereiter. 8. 87 von 100. Dynamike 67. Barbarenkönig Max. Ne! Hä? Doch. Da ist er. Hä? Kann man schon Level 4 haben? Warte mal ganz kurz, wir was gucken. Ah ne, da steht bald verfügbar. Okay, das höchste ist Level 3. Okay, 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 okay. Checke. Kampfheilerin upgraden. Barbarenkönig einfach auf Level 3. Was kommt da dazu? Erstmal ist er stark, dann schlägt Feine gelegentlich mit seiner eisernen Faust. Kennt man aus Clash of Clans. Und dann regeneriert beständig Trefferpunkte, wenn er nicht angreift. Das ist so stark, ne? So stark. Hexe. Hexe. 75. 75 von 10. Und Händler neu freigeschaltet. Genauso wie Mortis. Krass. Belohnung abholen. Epische Truhe. Super groß. Das ist das Beste, was geht, oder? Hier kommt erst eben Mortis drin. Oh. Ist nicht. Zehnmal, Max. Gewöhnliche Truhe. Mach mal auf groß. Naja, okay, ist auch groß. Ich spiel jetzt in der neuen Welt? Wer spielt denn da? Da kann doch gefühlt noch gar keiner spielen. Also, wir haben Max Barbaren, Max Greg, Max Cold und jetzt noch Max Barbarenkönig. Jetzt sind ja ganz neue da. Welche ist das? Oh, geil, da haben wir Greg. Greg ist mein absoluter Lieblings. Ich hab den jetzt Level 3. Guckt euch die Belohnung hier an, wie viele Gems und alles der gibt. Und Greg wird Meta werden. Aber gut, wenn alle Greg spielen, ist der wieder schlecht. Was haben die alles schon, Alter? Noch ein Barbaren dazu. Weggetötet. Für B müssen wir jetzt diese Nester einsammeln, damit die OP wird. Sind die hier auch irgendwo? Noch eine Kampfheilerin. So, Greg fällt die Bäume. Hier sind viele Gems. Gebustet, Hogan gebustet. Hä, welcher Charakter kann denn die Karotten einsammeln? Lol, das ist ein Elixier-Golem. Was für eine coole Welt. Sani dazu hilft auch immer. Fuck, 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 der Drachenhuhn. Hm. Muss nur die Winning Street aufbauen. Was muss ich werden? Top 5, ne? Äh, der hat hier ne Mega-Einheit gezogen mit diesem Scheiß-Huhn. What the fuck? Was für eine gigantische Explosion war das denn? Ist okay, jetzt weiter. Um die Karotten zu pflücken, brauchst du Mavis. Sie ist aus Hay Day Safe, ne? Ja, der Breath spielt gut. Zweiter Platz, geht klar. Der hat auch ne 17er Winning Streak. Das war das erste Mal, dass ich hier die neue Map gespielt habe. Okay, Cold Fusion. Cold auf letzt Level. Jetzt macht er Damage. Ja, jetzt krieg ich die Kobolde down. Ja, so ist super. Mehr Colds, mehr DPS auf Distanz. Mehr Kobolde, die ich töte. Mehr Gold und Gems. Noch ein Cold. Nehmen wir mit. Auch getötet. Die ganze Kobolde laufen hier lang, Mensch. Geht mal noch ein Cold. Noch ein Cold. Zwei Cold Fusion. Stell mich einfach an die Hauptstraße, wo die ganzen Kobolde kommen. Die sterben weg. Ich hab 200 Gold. Was? Ich muss viel mehr Kisten finden. What the fuck? Sunny dazu. Bogenschutz und Königin. Ah ne, Kampffailerin wäre geiler gewesen, glaube ich. Da sind Royal Recruits auch noch dabei. Wie geil. Das ist so krass. Digga, was hat der alles? Der hat ne Mega-Einheit. Die Sau. Ich bin tot. Oh, wie hässlich. Wie hässlich ist er. Das ist jetzt Drachenhuhn-Kampf. Hab ich noch Platz 5? Fünfter Lock gewonnen. 200 Gold sind nicht ausgegeben. Ja, das war dumm. Ich hätte viel mehr hin und her sprinten müssen zwischen den, ähm... Zwischen den Kisten. Ich hab mein Gold nicht gesehen. Das hab ich auch noch nie gesehen. Selten. Episch. Hübsch. Ganz toll. Kampffailer sofort. Mega-Auftakt. Was ist das? Hat man einen Mega? Beginne mit einem kostenlosen Mega. Gib mir trotzdem den Greg. Na gut. Colt ist auch gut. Ich bin tot. Ich krieg' einen kostenlosen... Die Kiste kostenlos. Nice. Ja, ohne Witz noch ein Colt. Scheiße, sind wir hier? Shelly. Ich find den Stun vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, dass er den Magier... Bastelt. Weg mit dem. Noch ne Shelly. Scheiße, das ist ein Kaiju. Hab ich schon Sunny? Nee, ne? Das sind zu viele Gegner. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Nice. Nächste extra Speed, Jim Redd. Die hab ich ja voll auseinandergenommen. Gebastet. Ich bin erster, greife aber nochmal voll an, weil ich es möchte. Ist das geil. Voller erster Platz. Ah, der hat mega Bock gemacht. Ja, es hat richtig Bock gemacht. Hat's. Es war echt krass. Völlig kranker Grind.